Iller Heinz Bauman ist tot er konnte komödie und Krimi, bei den Genres während Heinz Bauman in der Fernsehserie, Adelhied und Eire Morda, und der Zeit von Evelyn Hammann. Nun ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Aus der deutschen Fernsehkrimilandschaft ist er nicht wegzudenken. Ab 1987 ermittelte Heinz Bauman in der ZDF-Serie Soko 5113, erst als Hauptkommissar, später als Privatdetektiv Jürgen Sudmann. Ab 1993 spielte er bei der ARD in Adelhied und ihrem Mörder, an der Seite von Evelyn Hammann, den etwas trotteligen Hauptkommissar Ewald Strobel, der seine Fälle nur dank seiner findigen Sekretärin Adelhied lösen konnte. Baumann wurde 1928 in einem kleinen Dorf bei Oldenburg geboren. Sein Vater war Schiffszimmermann, die Mutter verdiente ihr Geld als Haushälterin. Früh träumte er von einer Karriere als Schauspieler. Schon mit 20 hatte er sein erstes Engagement. Er zog nach Quedlinburg um und spielte dort zunächst in der frisch gegründeten DDR, ehe er nach drei Jahren in die Bundesrepublik übersiedelte. Baumann arbeitete dann unter anderem in Hamburg, Köln und Stuttgart am Theater, bevor ihn Dieter Giesing 1966 an die Münchner Kammerspiele holte. Auch im Kino konnte Baumann früh Erfolge verbuchen. In der Komödie, Das Spukschloss im Spessart, feierte er 1960 gleich in einer Hauptrolle an der Seite der damals schon berühmten Lieselotte Pulver 1960 sein viel beachtetes Leinwanddebüt. Es folgten weitere Publikumserfolge wie »Ich bin ein Elefant«, »Madam«, »1969« oder »Und Jimmy ging zum Regenbogen«, »1971«. 1979 war er in dem Elfteiler »Die Buddenbrooks« als Hugo Weinschenk zu sehen. 1993 engagierte ihn Heinrich Breloher als SPD-Politiker Herbert Wehner. Wehner, die Juna zählte Geschichte.